hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen folge all the mods 3 und wir haben wieder gestreamt und ihr seht schon hier ist ein etwas größerer co-prozessor der kommt aber demnächst auch weg denn wir haben an der base weitergebaut das möchte ich euch mal kurz zeigen und zwar park baustelle park center aus irgendeinem grund hat der hier kein signal mehr mal gucken was ist los ich habe von meinen server neu gestartet und ich meine dass es daran liegt also ich hoffe ehrlich gesagt dass es daran liegt und nicht an irgendwas anderem sonst wäre es eher unpraktisch so ich setze noch mal das dran und jetzt setze ich noch mal den energy acceptor dran und die bridge ist nicht online auch wenn ich die singularity rein läge mag der mich gerade nicht interessant aber es ist auf jeden fall getankt loaded falls das eure gegenfrage wäre wir bauen einfach mal den ganzen quantum ring nochmal wir bauen ihn einfach jetzt dahin mal örtlich verändert so manchmal sind die ein bisschen meh unterwegs die dinger hier okay hat keinen bock gut dann müssen wir das ganze thema anders angehen interessant jetzt müssen wir erstmal dass das problem hier fixen das war nicht geplant aber es ist wie es ist gehen wir mal kurz zurück denn ohne ähm quantum ring haben wir drüben wenig zu lachen der hier ist online genau der ist online der leuchtet nämlich das ist gut äh energy cell wir nehmen jetzt hier so eine applied logistics energy cell und setzen die als puffer dran ähm weil diese quantum brücken die haben keinen internen puffer und wenn es da schwankungen in der stromversorgung gibt dann mögen die das nicht äh so daher schadet es manchmal nicht hier sind puffer dran zu machen ja und wir sehen er ist wieder online das ist nicht zwingend erforderlich aber es ist empfehlenswert weil die eben ihr seht es ja während dem controller wenn man da drüber havert sieht man dass der einen puffer hat der hier hat gar keinen äh der hier hat jetzt 400 kilo f und wenn es da nur winzige schwankungen gibt dann gehen die dinge nicht mehr online das ist dann immer ein bisschen schwierig ok funktioniert wieder sehr gut ähm ja das hier haben wir gebaut und das war's tschüss nein äh äh und zwar ich zeig euch mal wie das von innen aussieht ich glaube wir haben hier ach genau wir haben jetzt hier noch so ein Loch äh die 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 asymmetrie ist weg endlich das ist schon mal gut und wir haben jetzt diesen raum hier äh warum hat joe hier die dinge drin gemacht hier ist doch ausgeleuchtet das hat er wohl nicht gesehen ne wir haben nämlich hier nochmal geguckt jetzt muss ich mal schauen ob wir es finden auf anhieb ne die sind die sind perfekt getarnt ne wir haben hier ähm überall Factory Blocks angeblich aber ein paar von den Factory Blocks sind Glowstones die angemalt sind wie Factory Blocks und deshalb ist es hier hell obwohl es nicht hell ist oder so ähnlich ne also hier an den Seiten müssen wir noch was machen aber man sieht dass hier drin alles perfekt ausgeleuchtet ist ne also optisch kann man auch drüber reden aber äh hier spawnen keine Mops mehr ne das ist der Punkt und die Glasscheiben hier das ist Enlightened Fuse äh Glas überall die leuchten auch selbst genau das hier sind unsere Crafting Tower ähm wir haben viele ah hier oben ich mach mal eine Torch hier oben drauf da müssen wir uns noch ein bisschen überlegen am besten eine Deckenlampe oder sowas ähm das sind unsere Crafting Tower das sind Molecular Assembler die um Interfaces drum gehen und ja ich hab hier schon mal alle Interfaces die wir brauchen drangemacht das sind jetzt mehr Crafting Tower als ich Enigmatiker hatte das heißt es sollte auf jeden Fall locker easy reichen und ja ihr seht schon das fängt hier so an und damit man hier nicht immer selber dran muss haben wir hier ein Interface Terminal da gehen wir einfach rein und sehen Molecular Assembler und dann können wir hier die Rezepte einfach für alle Maschinen reinlegen aktuell sind es natürlich nur die Molecular Assembler oh komm schon nerv nicht so aktuell sind es nur die Molecular Assembler ähm und was ihr seht 110 nothing ne das sind die 16 die schon angeschlossen sind und hier sind noch 110 wo nichts ist diese Interfaces die zeigen dann entsprechend immer an in welchem Block sie dran sind auch wenn wir ein Interface zum Beispiel an den Ofen anschließen dann gibt es hier eine Reihe da steht dann halt zum Beispiel ähm Ultimate Furnace oder sowas und dann kann man da reingehen und sagen okay ich möchte was in den in den Molecular Assembler reinlegen zack oder ich möchte was in den Ultimate Furnace reinlegen das sieht man ja natürlich nicht und so muss man nie wieder zu den Maschinen hingehen sondern kann alles über dieses Interface Terminal einfach reinlegen genau und hier drüben hier machen wir einen Pattern Encoder hin können wir eigentlich noch schnell machen Pattern Encoder oder machen wir ne am sinnvollsten wir eigentlich einen Pattern Encoder ne aber wir können auch einen Pattern Terminal nehmen ich glaube wir nehmen ein Pattern Terminal erstmal ein Pattern Encoder braucht glaube ich auch keine ein Pattern Encoder braucht glaube ich auch keine keine ME Anbindung wenn ich mich nicht täusche das heißt wir können den irgendwo anders hin bauen was ist der Unterschied zwischen Pattern Terminal und Pattern Encoder ich zeig's euch gleich sobald wir's fertig haben Pattern Terminal so Crafting Terminal was fehlt hier? okay ein Crafting Table und ein Calculation Prozessor so die brauchen jetzt noch ein paar Sekunden aber der muss auch erstmal ein bisschen Zertus Quartz herstellen das dauert ein paar Sekunden bis es fertig ist und bis dahin ist das auch durch ähm Pattern Terminal so also Calculation da ist schon der erste perfekt dann haben wir ein Crafting Terminal und dann brauchen wir ein Pattern 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 Terminal ich kann nicht schreiben Pattern Terminal so zack zack und dann können wir das da dran setzen und das ist das Übliche das wir von drüben auch kennen äh hier haben wir unser unser Lager theoretisch hier haben wir unsere Dinger da und wenn wir jetzt hier irgendwas encoden wollen sagen wir mal ich möchte so ein Dings machen dann seht ihr dann macht der nichts weil nichts im System ist weil unser System ja noch nicht in Betrieb ist äh oder halt weil die Items auch gar nicht im System drin wären dafür möglicherweise und der Pattern Encoder dem ist das völlig egal da kann man Rezepte anlegen auch mit Dingen die man noch nicht hat ne das ist äh von äh wir können mal kurz schauen ah doch der braucht doch eine Netzwerkverbindung ja mal gucken der ist halt nicht so hübsch ne aber und da wenn ich jetzt hier irgendwas sage ich mal ich möchte das machen seht ihr da ist es völlig egal was es ist er encodet uns das immer das ist schon praktisch ist schon praktisch ne aber es ist schöner wenn die hier so stehen tatsächlich weil der ist halt nicht so hübsch naja ich überlegs mir noch ich überlegs mir noch vielleicht bauen wir noch irgendwo anders einen hin vielleicht tauschen wir den doch noch aus mal gucken wir können theoretisch oh wait 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 ich weiß was wir machen Encoder ich hab ne Idee ok wir setzen hier den Pattern Encoder dran und damit das einigermaßen gleich aussieht machen wir das Interface Terminal einfach so dran und dann nehmen wir einfach Block also erstmal ein paar Anchor so zack 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 und dann irgendeinen hübschen Block der hier reinpasst hier haben wir mal einen Quarz Block können wir immer noch ändern so 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 und so so hier geht das glaube ich nicht ne ne so jetzt ist es nicht mehr ganz so weirdo und dann können wir hier einfach dran gehen und sagen hab ich Autojump an? oder oder was ist das? nein hab ich nicht das ist oh die Schuhe haben Autojump wahrscheinlich ihhh ihhh so dann können wir hier her gehen haben wir hier das Terminal können wir hier her gehen haben wir den Pattern Encoder ist vielleicht die die bessere Variante ist immer noch nicht super hübsch ihr könnt mal in die Kommentare schreiben was ihr meint was wir hier machen sollen dann theoretisch können wir natürlich hier trotzdem das Pattern Interface dran machen das hat auch seine Vorteile und den Pattern Encoder dann irgendwo anders hinstellen aber wir können den Pattern Encoder nicht zusätzlich hinstellen weil wir hier alle Kanäle belegen oh da braucht kein Kanal okay wir könnten theoretisch auch ein Pattern Encoder und ein Pattern Terminal hin machen weil der offenbar ah ja klar der hat ja keine Verbindung zum System der braucht nur Strom ich sehe es gerade dass hier ein Kanal nicht online ist ja schreibt mal in die Kommentare was ihr meint was hier die bessere Lösung ist aber auf jeden Fall das ist unser Crafting Raum und das hier ist ja suboptimal sag ich mal so und hier drin wie man sieht haben wir einmal nicht ausgeleuchtet und wir haben 64 64k Storage Cells schon mal in unserem Laufwerk also wir haben jetzt schon so viel mehr Speicher also von der Gesamt-Item-Anzahl hat hier eine einzige Festplatte mehr Speicherkapazität als alle Festplatten die wir aktuell haben aber und das ist der Grund es gibt ja die ich habe das schon öfter gelesen es gibt natürlich hier im Pack auch die 16.384k Storage Sets aber auch diese Storage Sets haben nur wartet wir können es uns hier sicher anschauen das sind die hier haben nur 63 Item Types genauso wie die haben auch nur 63 Item Types das heißt wir müssten für so eine Zelle 16,3 Millionen ja wobei es geht ja naja es ist ja die K Zahl die haben wir nicht 1 sondern 1k ne wir müssten für eine von den Zellen ja das sind ja immer nur 3 also so ungefähr 8.000 bis 10.000 1k Storage Sets bauen und könnten dann trotzdem nur 63 Items speichern wenn wir mit der gleichen Menge hier ein ganzes Drive voll kriegen und jede einzelne 63 verschiedene Item Types speichern kann es ergibt einfach absolut keinen Sinn diese riesen Disketten zu bauen außer für spezielle Fälle es gibt spezielle Fälle da kann man zum Beispiel hergehen kann von einem Drive die Priorität erhöhen und kann dann so eine fette Zelle machen und kann die dann in einer Cell Workbench formatieren dass man sagt okay in diese Zelle darf nur das und das Item rein und dann gibt man dem ganzen Drive eine höhere Priorität und dann werden diese speziellen Items immer erst in die 16.000 Card Zelle reingelegt bevor es in so eine Standard Zelle hier reingeht das geht aber das sind Spezial Anwendungsfälle wo man die benutzt für alles andere sind die 64 Card Zellen viel viel sinnvoller das möchte ich an der Stelle nur mal kurz angemerkt haben aber hierzu vielen Dank für den Tipp und zwar wegen den Lights es gibt drei verschiedene Lights es gibt die Wireless Lights Inverted die hatten wir dran gemacht dann gibt es die Electric Lights Inverted die brauchen Stromkabel die brauchen Wireless Strom aber kein Redstone Signal also weil die beiden Inverted sind kein Redstone Signal aber ich wurde darauf aufmerksam gemacht es gibt noch normale Lights Inverted und die brauchen weder Strom noch ein Redstone Signal ich glaube zwar die sind ein Ticken dunkler wir haben es im Stream mal ein bisschen ausprobiert die sind ein Ticken dunkler aber die sind für hier drin völlig ausreichend 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 perfekt na also wir könnten hier drin natürlich auch Painted Closed nehmen aber ich finde die Lampen eigentlich ganz cool deshalb würde ich ganz gerne das hier mit den Lampen aus wechseln so dann machen wir mal die Lampen weg diese Illumination Orbs sind von einem Illumination Wand mit dem kann man quasi so Orbs aus Energie erzeugen die dann Sachen ausleuchten das ist cool aber es ist natürlich schöner wenn das mit vernünftigen Lampen erledigt ist das würde ich jetzt mal schnell machen die ganzen Torches mal weg weil es halt super häselig zack 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 Torches weg Orbs weg und dann können wir mal gucken wie die Ausleuchtung hier mit am besten funktioniert 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 so also hier vorne sieht es gut aus hier scheinen wir noch ein bisschen Bedarf zu haben ok 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ok schauen wir mal wie sich das gleich auf alles auswirkt aber ich mag die Lampen hier irgendwie ich weiß nicht wie ihr das seht wie gesagt Painted Glowstone ja ich weiß das haben wir ja in dem anderen drüben aber ich finde es auch schön wenn man so ein paar Lampen sieht das wirkt dann nicht so falsch noch ein bisschen technischer 1 2 1 2 2 2 und irgendwo haben wir ein Mob eingesperrt offenbar ok hier ist vielleicht ein bisschen knapp wie ist das hier hier haben wir 3 ne ah theoretisch ist der Serverraum 1 1 1 zu eng theoretisch müssten wir hier die Wand noch um 1 versetzen mal schauen ob wir das mal machen 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 dann die nächste Reihe hey hier ist noch eine Fackel Schweinerei 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 und auch hier 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 und 1 2 3 gut damit wir erstmal alles so ein bisschen ausgeleuchtet gut hier ist nicht so gut ausgeleuchtet das ist aber nicht schlimm da können wir erstmal nochmal Fackeln hinstellen kriegen wir das mit einer Fackel hier ausgeleuchtet die wir in die Mitte stellen ja gut das ist so da sind genau die Fackeln hier zwischen die sind völlig in Ordnung weil das wird ja eh quasi äh intern so ein Raum äh die Dinger hier sind sie nicht gut hier hinten haben wir noch ein Problem und da ist jetzt die Frage ja finde ich eigentlich eine brauchbare Lösung so ok wir brauchen noch ein normales Light Wireless Light, Electric Light, Light ok 2 haben wir noch und dann setzen wir die hinten so dran das sieht gar nicht so schlecht aus so und hier machen wir dann erstmal Fackeln hin weil wir noch nicht so weit sind mit dem Rechenzentrum aber so haben wir den Raum vernünftig erfolgreich ausgeleuchtet das Glas hier leuchtet auch deshalb ist es hier vorne gut ausgeleuchtet ja das sieht gut aus das sieht gut aus Leute das sieht gut aus ok dann können wir jetzt endlich zu dem wichtigsten Raum der heutigen Folge gehen und zwar dieser Raum hier und zwar wird das der Raum für die Prozessoren wie die Crafting Prozessoren und da würde ich gerne mal mit Cobblestone ein bisschen planen wie wir die aufbauen also hier ist der Eingang ähm so wir könnten die 3x3 bauen und dann hier zum Beispiel 2 Abstand und dann hier wieder 3x3 oder wir könnten die über die Länge bauen ja aber dann vielleicht nicht so sondern da war auch immer 2 Abstand so hm ich glaube ich finde die Variante schöner ich glaube ich finde die Variante schöner das heißt 3,4,5,6,7,8 8 habe ich die mal lang gemacht ne so noch ein paar Fackeln erstmal hier werden wir natürlich auch vernünftig ausleuchten aber auch erst sobald die Sachen drin stehen damit wir dann auch wirklich wissen wo wir ausleuchten müssen und wo nicht äh ok wenn wir das so bauen dann haben wir hier im Grunde 1,2,3,4,5,6,7,8 3,4,5,6,7,8 3,4,5,6,7,8 große und nochmal 12 kleine glaube ich aber wir bauen die diesmal alle gleich groß weil wir ja gelernt haben dass große und kleine kombinieren eher suboptimal ist man kann vielleicht ein oder zwei besonders große machen aber alle anderen sollten schon eine gewisse Größe haben ähm holen wir uns nochmal wir können das nochmal 1,2,3,4 erweitern ich glaube so ist gut 1,2,3,4 wobei komm 1,2,3,4 1,2,3,4 machen wir es so groß dann haben wir nämlich genau ein Dense Kabel hierfür verbraucht weil dann haben wir genau 32 Crafting äh Units die dann genau 32 Crafting Cores äh ja genau doch 32 Crafting Prozessoren die dann genau 32 Kanäle belegen das ist glaube ich eine gute Wahl ähm dann brauchen wir Crafting äh Units haben wir im Stream schon mal vor produziert genauso wie ähm 64 K Storage Komponents und wir brauchen Prozessoren eine Menge so und dann designen wir jetzt mal die Crafting Units so 2,3,4,5,6,7,8 so 1,2,3,4,5,6,7,8 reicht das als Speicher 8 mal 8 mal 64 K würde ich sagen würde ich sagen sollte eigentlich als Speicher reichen oder? und dann ähm bauen wir hier entsprechend viele Co-Processing Units dran wobei wir theoretisch ich meine ich meine so hätten wir natürlich jetzt nochmal noch viel mehr Speicher ne die Frage ist ob es den Preis wert ist hier pro Crafting Unit äh 16 64 K Drives zu verheizen ja wir werden große Rezepte haben ich glaube schon ich glaube das ist es wert und eine Co-Processing Unit die machen wir mal weg und da bauen wir einen Monitor dran oh brauchen wir einen Storage Monitor für okay brauchen wir einen Level Limiter Storage Monitor Crafting Monitor ja so und dann setzen wir hier auf die Höhe Crafting Monitore ähm die zeigen dann an was die äh Unit gerade macht das heißt also diese also das ist folgendermaßen aufgebaut das Ding die äh Crafting Storages hier die speichern die Items zwischen ne also pro 64 K Crafting Storage werden hier ähm 64 K zwischen gelagert das heißt wir können 16 komplette Disketten pro Crafting Einheit zwischenspeichern ich weiß nicht ob das nicht zu viel ist 2 3 4 5 6 7 ne komm das ist das ist ich glaub das ist wirklich zu viel ne weil ich glaub das ist wirklich verschwenderisch da bauen wir lieber mehr Co-Processing Units denn pro Co-Processing Unit kann äh kann äh so eine Crafting Einheit einen Crafting Prozess gleichzeitig durchführen das heißt mit 16 Co-Processing Unit können 16 Dinge gleichzeitig gecraftet werden wobei wenn wir mal ganz ehrlich sind ist auch das Schwachsinn also ich glaube die optimale Geschichte wäre so ne so haben wir jetzt äh 15 Co-Processing Units das heißt 15 Sachen können gleichzeitig gecraftet werden pro Rezept das sollte eigentlich wirklich reichen und wir haben 8x64 K also es können quasi 8 komplett äh komplette von den großen Disketten gleichzeitig zwischengelagert werden das ist wahnsinnig viel und dieser Crafting Monitor der ist einfach dafür dass er hier anzeigt an was diese Crafting Unit gerade arbeitet dann können wir hierher gehen so ich setze die mal da können wir hierher gehen und hier schon mal die anderen hin bauen so ich meine man kann bei Bedarf ja immer noch upgraden falls wir irgendwann merken so es reicht auch nicht mehr können wir nochmal upgraden aber ich bin mir relativ sicher dass das nahezu ewig reicht also ich wüsste jetzt kein Rezept das vor allem in diesem Mod Pack so groß wäre dass diese Crafting CPUs nicht reichen würden das ist die Sache ich meine wenn wir mal schauen Moment erst mal ausleuchten wenn wir mal schauen selbst der AT äh ATM hallo ATM Star selbst der das ist sowieso das ist sowieso als Ressourcery sehe ich gerade müssen wir gucken ob wir es automatisieren können äh da sind natürlich einige Crafting Prozesse die wir aber anderweitig automatisieren ähm ähm hey ja 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 das ist okay das ist wirklich übel das ist wirklich übel Rainbow Generator aber ich gehe trotzdem davon aus dass wir selbst jo dass wir selbst solche Sachen hier auto-craften können und falls nicht wenn wir an dem Punkt angekommen sind dann kann man auch locker noch drei Reihen drauf machen oder wie gesagt äh wir können dann ein paar zu einem super Prozessor zusammenfügen indem wir einfach so einen riesigen Multi-Block bauen wo wir dann so ein ganzen Ding miteinander verbinden kann man auch machen aber für 99,99 Prozent der Crafting Rezepte würde ich behaupten reicht das hier so aus haben wir noch lights light inverted normales light inverted und die brauchen auch tatsächlich nur glowstone und und glass ne ist auch ziemlich praktisch 64 glas so jetzt haben wir die normalen lights aber die brauchen noch ein redstone signal und da bauen wir jetzt einfach eine redstone torch dran dann haben wir die lights so und wenn wir jetzt hier reingehen und hier in die Decke eine Lampe setzen ja hier drin würde ich es in zweier Abständen machen einfach weil der Raum höher ist und so die Lichtausbeute besser ist und dann hier hier vielleicht ein dreier Abstand wobei ein zwei ich weiß gar nicht wie man das design technisch am besten löst oder wir bauen die immer über die crafting storages über die crafting units aber immer zwei Abstand dazwischen und das sieht eigentlich immer ganz gut aus probieren wir das mal zack 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 ah ne ok dann ist hier nicht richtig ausgeleuchtet schwierig wobei hier kommen noch ein lighted glas rein aber auch das bringt uns da nicht so viel ok 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 das ist nicht so gut wie ich dachte das so zu machen dann setzen wir es doch erstmal da hin und dann machen wir einfach die Decke unabhängig von den crafting units hätte ich jetzt gesagt und im Notfall können wir ja am Boden noch painted glowstone verstecken hm das ist mir auch ein bisschen zu viel ich habe noch eine Idee ok wir machen einfach das meiste hier mit painted glowstone und benutzen das nur so als Akzente 1 2 3 1 2 3 1 2 3 nein das ist richtig 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 so dann ist hier der Mittelgang ausgeleuchtet einigermaßen und ich mache hier nochmal torches dran und hier verstecken wir dann einfach überall painted glowstone und leuchten das quasi versteckt aus und dann kommt man hier so rein und dann ist hier so eine Reihe Lampen und das sieht eigentlich ganz cool aus würde ich behaupten würde ich behaupten und dann sind hier unsere Crafting Units äh die müssen alle noch angeschlossen werden ans Netz naja da wir natürlich wieder von oben kommen mit den Kabeln müssen wir das was nach oben machen Smart ja ist wieder die Frage ne nehmen wir da dann auch wieder Fluix wahrscheinlich ist am einfachsten so müssen auch nicht unbedingt smarte sein weil hier eh immer nur ein Kanal belegt ist aber das können wir uns noch überlegen aber so würde das ganze dann irgendwie ausschauen ich denke das kann man machen ihr könnt eure Meinung dazu auch gerne nochmal in die Kommentare schreiben ich würde sagen wir sehen uns in der nächsten Folge macht es gut bis dann tschüss bis dann bis dann bis dann